Frau Patricia Kasa und seinen beiden Kindern Daniela ganz so viele Menschenrechtspreise gab. Heute verzeichnet... Herr Meister Mahli, verehrte Frau Bundesministerin, 1946 im Auftrag der Bevölkerung unsere... Er symbolisiert den Anspruch einer gerade von den Nationalsozialisten instrumentalisierten Stadt, die Uni. ...Gurris, porque desde su sensibilidad y sentido de... Applaus 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 En los genes de nuestra gente está la memoria de la tragedia, el sufrimiento, los sueños y la esperanza. Applaus 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 Vielen Dank.